Das ist denn mal ein Synchronisationspunkt? Ich weiß nicht, wer schon mal von euch Grong Stream geschaut hat, der weiß, wie das geht. Der weiß das mit diesem ganzen Knick, 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 weil das macht sich einfach einfacher. Ja, ich weiß, du bist ein richtiges Schwein. Alter, du hast bestimmt bei Minecraft Schwein synchron gesprochen, ne? Hier gibt's, bei uns gibt's nur die Minecraft-Politik, weißt du? Ja. Wenn dir was nicht gefällt, bau's ab. Mehr ist hier nicht. Gefällt dann noch ins Haus nicht. Weg ist das? Wo ist mein Haus? Ich fand's scheiße. Du verdammtes Arschloch. Guck dir ihn so an, mit so einem tiefen Blick. Du bist für mich gestorben. Warte, ich guck erstmal, ob da ein Creeper vor deiner Tür ist. Nein, okay, ich kann nicht gucken. Nicht, da ist wieder das gleiche passiert. Ich guck mir grad so dein Dach rein. Wer? Wenn mein Dach kaputt geht, ne? Da hab ich so lange dran gesessen, um dieses scheiß Dach zu bauen. Ja. Nicht so lang an wie diesem, äh, Leuchtturm in Anführungsstrichen. Aber... Ich find's immer lustig, dass man sich immer noch daran erinnern an dem Leuchtturm. Einfach mal 30, 40 Folgen hat das Ding geschluckt. Einfach so. Locker. War das ja überhaupt... War das ja überhaupt schon eine Folgen, mein Kopf, ne? Äh, ja. Das waren noch Zeiten. Hä, da ist gerade ein Skelett... Da ist ein Skelett im Boden versinkt. Versinkt? Das passiert auch, das leckt dann noch bisschen. Scheiße! Ich sterb gleich. Eigentlich hab ja ne Rüstung. Damit kannst du aber auch sterben. Ja, ja, aber nicht so schnell. So viel Eisen. Aber der Mensch stirbt auch die ganze Zeit. Ja gut, er ist auch nur. Halt die Fresse. Das ist mein Job, dich irgendwelche Leute anzuschnauzen, die ich nicht kenne. Das ist mein Job. Meine Hölle. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, einfach sagen... Das ist... Ey, der hat geschrieben, das ist meine Hölle. Okay. Das ist meine Hölle. Der hat geschrieben... Ja gut, er hat zwar geschrieben Hölle, aber... Ja. Das ist meine Hölle. Eine Hölle? Okay. Das ist meine Hölle. Das ist meine Hölle. Das gefällt mir, um gefoltert zu werden. Willkommen in der Hölle. Nice. Willkommen in der Hölle. Markiert euch mal alle die Zombie-Spawner, dann können wir XP später farmen. Was ist XP? Wofür braucht man das? Kann man damit... Kann man... Verzaubern. Wow. Bist du im Test? Ja, wieso? Ähm, ich hab... Warte. Komm mal ja? In dieser Hölle? Kann man dieses... Kann man dieses XP essen? Hier. Das noch. Das noch ein Zombie-Spawner, komm. Hier. Da. Ich hab das zugebaut. Hier ist alles voll Zombie-Spawner. Ist noch einer. Hier ist in meinem Text speckten... Hund. Darf ich das Eisen haben, wenn da Eisen drin ist? Oh mein Gott. Was ist denn los, Anderman? Nichts. Du sagst, oh mein Gott, aber nichts. Oh mein Gott. So weit fahren. Und... Alter, WTF! Oh shit, ich hab schon wieder 27 neue Redstone-Blöcke. Oh. Abbauung? Wir haben ja schon einen. Warum holt die ganzen Scheiße hier immer raus? Krass. Level. Ja, ich weiß, aber er ist einfach... So viel Redstone. Was soll ich denn damit näher bauen? Ich könnte mir schon beinahe ein rotes Schloss bauen. Ich würde ihn lieber lassen. Warte, ich fotografiere mal die kurze Korni. Dann wohne du doch da am Bett. Per rotes Schloss kannst du doch einfach nur Wolle nehmen und dann brauchst noch deine... Ja. Wolle ist gay. Wir waren aus Redstone. Ja. Ein Thron. Thronfest. Ne. Ich baue mir irgendwas aus Redstone. Irgendwann werde ich mal was schönes, rotes, großes bauen. Ja, wollen wir uns nach hinten finden. Schon wieder ein Lavasee. Du kannst... Du kannst eine Disco aus Redstone bauen. Ja, natürlich. Eine Disco. Ohhhh. Die leuchtet dann die ganze Zeit hin und her. Das wäre bestimmt die heterosexuellste Disco in der ganzen Welt. Oh yeah. A Disco bang bling 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 bling. Okay. Die nennt er sieb. Gay Bar. Darf man Redstone Sachen bauen? Also... Ja klar. Dias. Noch mehr Dias. Wenn's... Solange es nicht hier leckt geht. Was? Weiß auch nicht. Irgendwie gerade... Es läuft sehr, sehr gut. Also mit Dias betrifft... Ich meine, ich finde Lava See und da sind einfach so viele Dias. Wenn ich die Folgen dann vorbedenke, ne? Hier ist nix. Hier ist schon wieder nix. Lava See, der ist so derbe, so verdammt riesig. Aber da ist einfach nix. Da fuck. Und jetzt hier. Dias. Noch mehr Dias. Ein bisschen Eisen ist auch noch dabei. Nice. Jetzt hast du mein Lack. Jetzt hab ich auch mal hier nen Lauf, Alter ey. Ich lauf jetzt aber richtig durch. Wie viele Dias hab ich? 17. Jetzt brauch ich die mal ab. Ach man. Immer einen mehr als... Mehr als ich. Ja, jetzt hab ich aber mehr als nur eine... Mehr als du? Ja, jetzt hast du mehr als du. Aber ich hab auch den Enchanter schon. Jetzt hab... Jetzt hast du mehr als du. Geil. Ich habe jetzt... 25 Dias. Ich hab acht neue. Nice. Na, fühlst du schon diesen Neid? Weil ich so viel habe? Nee. Ja, komm. Komm, gibst du. Gibst du? Du wirst eh sehen, wie ich dann komme. Ja, ich will nicht sehen, wie du kommst. Nein, danke. Das will ich gar nicht wissen. Ja, ja, halt die Fresse. Er sagt so. Du wirst eh sehen, wie wenn ich komm. Ähm, Kevin. Schick mir Koordinaten, bitte. Hoffentlich ist Pantycroft mal gekommen. Letzte Woche. Da ist er nicht gekommen. Kann man nicht falsch verstehen. Nein. Nein, 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 nein. Es gibt's. In der letzten Opfer von Weihnachten hat er gesagt, ich bin heut bei meinem Freund und der regt sich schon auf, dass ich nicht komme. Ja, ich weiß. Naja. Ja, die wissen was... Das kann man falsch verstehen, aber ich hab's einfach mal gesagt. ich lass es mal auf sich beruhen. Ja. Das wäre glaub ich, ein bisschen zu heftig, wenn ich mich darüber auch noch lustig gemacht hätte. Hm. Es wäre falsch.. ... hihuih.. ... gekommen. So klingst du aber, wirklich nur lass. Hahahahaha... Kevin schick mir denn mit Koordinaten, bitte. Alter, hab ich das schon. Ne... ah ja, da. Guck doch, oh Kevin! Gehen mitschreiben, warte Alpha Kevin, ja wir wissen, dass du ein Alpha Kevin bist Das ist mein Bambus Das ist mein verdammter Bambus Die wollten mir echt an den Bambus gehen, Alter Ja Alter, was ist das für Leute, die gehen einen einfach an den Bambus, wenn man nicht da ist, ne? Ich mag den Bambus Alter Alter, gibst du mehr als am Bambus, ne? Dann gibst du aber eine Klatsche Dann gibst du das Klatschen vom Abhatschen Boah, ich mag Klatschen Kann man das falsch verstehen? Nein Ja, wieso? Wieso soll man das falsch verstehen, hallo? Ja, man kann es doch nur richtig verstehen Ja, nur richtig Aber echt, ey Ja Ich glaube, das ist die Woche von uns, der geht immer weiter nach unten Bei mir ist das schon ganz unten angekommen Bei mir ist das schon ganz weit Seit ungefähr 300 Minecraft-Folgen ist das Niveau schon ganz unten angekommen Ja Bei mir ist das ganz unten, ich weiß Kevin Ja, von Geburt an, ne? Kevin, Niveau ist abgestungen Niveau ist abgestungen Er war von oben Und wie heißt der? Niveau ist ganz oben, Kevin Das Niveau ging nach unten Kevin, hast du Essen? Ich will keine Kisten essen Ich habe eine Elferquelle Eisen Oh, du bist aber ein krasser Boy Ich habe zwei Stacks Eisen in meinem Moment Einfach so Hacker Läuft bei dir? Nein Hacks, 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 hacks Hacks, easy getrackt Ich habe so einen kleinen Server, wo ich so einen kleinen, ein bisschen so Wenn wir Lust haben, drauf spielen Nein Keine Werbung, keine Werbung Keine Werbung Keine Werbung Nein, das ist eine Story Was ist eine Story? Er kommt einfach drauf Ich sage, keine Hacks und sowas Und dann, ähm, geht er einfach direkt zu den Diamanten und sowas hin Mit X-Ray Und ich so Warum benutzt du X-Ray? Er so Hast du doch nichts gesagt? Ich habe jetzt keine Hacks Und er so Hä, X-Ray ist kein Hack Und ich so Doch X-Ray ist X-Ray Ich finde sie immer komplett bescheuert X- Manche sagen wirklich, X-Ray ist kein Hack Ich meine, was sind das für Leute, was ist bei dir verkehrt? Warum sagen die X-Ray ist kein verfickter Hack? Ey, X-Ray ist doch ein Bug, oder? Nein Ich weiß X-Ray ist ein Hack Bug gab es nur auf der Reihe 60 ganz kurz Echt? Mit dem Redstone und diesem Anentschiebe-Ding Ach, ne, das gibt's auch hier Das gibt's auch hier Das geht immer noch Das wird der Trichter und alles Das siehst du durch die Welt Aber da Das gibt's auch hier Das siehst du nur Diamanten und alles Weiß Ja, sowas sollte man echt nicht nehmen Weil das ist dann wirklich Allaute zur Schublade Wenn man sowas wirklich macht Ja Dann geht eigentlich der ganze Spielspass verloren Ja Ja, weil ich will hier sowas haben Einfach nur verfahren Wo ihr jetzt auch wirklich ein bisschen anstrengen muss Um was zu bekommen Ich werde ja auch den Schwierigkanzrat wieder erhöhen Okay Oder vielleicht ist es wirklich ein bisschen doll easy Ja Easy Bei so vielen Leuten gegen Zombies kämpft Patio, bist du? Sag ich dir nicht Weil dieses krass Loot Sag ich dir nur nicht Oh, das Lava Schon wieder? Na, verpiss dich Diesmal bin ich vorbereitet Yoshi? Da war schon wieder so ein Wasser Was mich in die Lava reinschieben wollte Diesmal habe ich aber was Bestimmtes dabei Und wollte mir das verhindern kann Und zwar Skill Ich habe Yoshi abgeschossen Ja Headshot Läuft bei dir? Headshot Ohhhh Double Kill Oh, 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 oh Dickshot Das war ein Dickshot, Junge Voll in die, voll in die Nüsse, Alter D-D-D-Dickshot Loll M8 Das war nicht gut Weißt du mal, wenn jeder aufnehmen würde Wenn jemand hackt Das ist man Also wenn jemand wirklich so dreist ist Und er noch aufnimmt Die hackt auf dem Server, ne? Also dann kann ich da X nix tun, Alter Dann ist es echt Domein hoch 10 Dann ist er Warum stirbt hier denn? Egal, egal Lass mal XP abstauben Oh, guck mal Alter Nicht spammen Junge 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 Ne, es geht Junge So hat er geschrieben Das Ende muss auch noch lange gezogen werden Nicht Junge Sondern Junge 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 Äh, Fehler Ich habe den XP abgestoppt, ne? Hoffentlich ist es nicht schlimm Oh, Schule leer Oh, Mann Warum finde ich ausgerendet jetzt so eine riesen Höhle Einfach Einfach nur am Suchen Ich wollte eigentlich ganz kurz noch raus Und wieder weiter bauen Aber ich kann hier einfach nicht raus Weil da einfach so viel Loot ist Und den will ich mich nicht entgehen lassen Oh, Spiel, wieso? Was ich mag Wieso? Jetzt auf einmal Ich glaube, das liegt daran, dass wir auf einem Server jetzt sind Jetzt mag mich das Spiel auf einmal Das dachte ich so Ey Der ist neu Den geben wir jetzt den Scheiß, richtig? Hör mir, hör auf Nein, ich will zu anziehen Ich will zu anziehen Warum kommst du mit dem Schwert auf mich und geschlagen? Ich will nur deine Kisten anziehen Ist nicht zu schlimm Andere, Mann Lass doch mal die anderen in Ruhe Sei mal wenigstens einmal in dein Leben cool Mann, das sieht genauso aus wie ein Gefängnis Dann hau Ich weiß doch, dass es auch eben raus sind Kevin Gefängnis Alter hier, hier Zombies mit dem Orgasmus die ganze Zeit so So klingen die Zombies hier gerade die ganze Zeit Hör nur so'n So die ganze Zeit dieses Dieses Geräusch im Ohr Das klingt übel so räulich Als wenn die Zombies da gerade sonst was machen Die ganze Zeit so Das klingt so Oh, ne Tür bei Kevin Ich glaub die Zombies turnen sich hier gerade gegenseitig an Oh Kommen auf einmal nachher 50 Zombies entgegen, weil sie sich da umvermehrte haben Oh krass Jetzt muss ich nur noch mal in ein Haus Entputzen Wem brauchst du? Alter, wenn hier jetzt gleich ein Zombie-Spawner kommt, ne? Alter, werd ich erstmal hier unten bleiben Ich glaub, durch den Server-Bug konnte ich gerade sehen, dass hier ein bisschen Lava ist Hab ich gerade den Block abgebaut, auf einmal bumm, konnte ich da kurz durchschauen Ja der 86 Da steht IJ Der, der, weil du nicht lesen kannst Nein, das ist kein Herz, es ist ein j Ja, das soll aber durch Ey, y mal nicht Ja? Was geht? Ja, was geht? Äh, yeah! Äh, yeah! Nichts Spiel, sondern in wo? Was? Äh, wenn du Minecraft, ähm, Windows-Zeichen und R gleichzeitig kommt App-Nutzen. Kannst bei Options Gamma hochstellen, dass du einfach in den Hüllen keine Fakten mehr wirst. Nö, nö, nö. Ne, nö, nö, nö. Ich mach das so, wie das jetzt ist. Find ich am besten. Ey, du kannst doch den Shader einfach in der Hülle aufhören. Ne, das ist mir zu blöd. Ich will das so lassen, wie es ist. Ansonsten Gamma hochgestellt hat er die Kirche auf einmal raus und mal, äh, und richtiger Lichtstrahler, die Augen weg. Äh, ey. Karotten-Kombo. Hälb mir. Ah, nein, nein. Ihr müsst doch irgendwo Zombies sein. Ich hör die ganze Zeit hier rumeiern. Die müssen hier irgendwo sein. Ich hör die ganze Zeit so ein Auf dem Ohr, die müssen hier irgendwo rumbumsen. Solche Geräusche machen. Ich mag bumsen. Die müssen hier irgendwo am Stissel sein und richtig fett rumbouncen, Alter. Die müssen hier einfach irgendwo rumlungern. Aber hier ist schon mal wieder Eisen, ist schon mal nice. Du hast mir gerade die Hälfte des Lebens abgezogen. Junge, plus. Ich habe nicht schon 67 Mal gehört, seit wir im Test sind. Was denn, Junge, oder was? Ist über mir eine Creeper-Party oder wieso höre ich? Ich bin bästmer auf Boom, 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 Eyy. Boom, Boom, Eyy. Oh Gott, dasnoten kenne ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ja, mein Feinogriff. Mann, wie ging das Lied? Ich Clarke, ich fand das Rad, ich habeomy, boom, boom, Kre. Ich bin nicht 1, 2, 3. Komm nicht mehr auf dieses dealing spielt, wie das Lied schießt. Ah, ich kenne das Lied. Doch, ja, ja. Oh, Mann! Natürlich, wenn du in YouTube guckst, also um die ganze Zeit in Dauerschleife gehörst, schreibst du es in YouTube und Punktcom, vor dem Punkt kommt, repeat. Aha. Alter, Kevins Haus sieht wirklich aus dem Gefängnis. Rosanna hieß das nicht, genau, Rosanna. Ah ja, fix. Rosanna, freak it, mama, she'll be shy of fuck all day. Ja, ja, so ist das nicht. Und, Gehmo. Hast du, wirst du in ein Gefängnis? Ich hab's ja, ich hab's ja nicht so, ich hab's nur von mir hin gedaddelt, ne? Also, das wird jetzt so, dass ich jetzt wirklich von der Gamer gestrikt will, ne? Dann aber wirklich... Alter, da hab ich echt ne Gesangsstimme, da geh ich das nächste Mal bei DSDS hin. Stehst du da? Jimmy's gonna fuck all day, running to the morning to the... Da muss aber die Vorsch, Alter. Da steht da so ein Typ und singt das einfach so, leid das einfach so runter. Und dann bin ich das Super-Tanent. Alter. Dann aber richtig, die sind nerds. Alter, hier hörst du auch ne Fledermaus. Die müssen ja irgendwo sein, verdammte Scheiße. Ich boddel mich jetzt hier schon von oben nach unten, aber ich find die nicht. Alter, die müssen immer mehr sagen, wie das klingt. Connection to the channel timed out. Okay. Aliment, schiebst du alle hoch, oder was? Ähm, ja, was war grad los? Keine Ahnung, das ist irgendwie... Ich glaube, der macht so ein Channel-Disconnect, wenn du zwei Stunden auf dem TS bist. Ah, okay. Okay. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, ich weiß auch nicht. Also... Ich geh da mal davon aus, dass der Server irgendwie nach zwei Stunden, dann wird man da irgendwie, keine Ahnung, zurückgeschickt. Es ist nicht mein Server. Da steht zwar mein Name vor, aber das gehört nicht mir. Ja, ich wollte sagen, dass dieser Bom-Bom hier, der hat schon eine Dior-Brust-Plate. Er läuft doch bei ihm, oder was? Also entweder, entweder hat X-Ray, oder... Ja. Oh, schön, ich hab die Hülle gefunden. So, jetzt haben wir missgestaltet. Jetzt kommt mal her, jetzt krieg ich drauf die Fresse. Man, ich... Da, hocken sie doch alle.